Knallbund Fahreffekte? Okay, das sind gute, solide Rennen. Ich weiß nur nicht, waren es so viele Sterne. Zwei, ja. Ein halber. Drei, vier, fünf. Ja, wir gehen trotzdem in fünf Sterne in die Nacht. Aber gut, macht nix. Wagen. Kaufen und Verkaufen. Boah, ist schon geil. Kannst du echt nichts sagen. Wagen. 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 Das hält brutal. Okay. So, der ist das finale Ziel eigentlich, Story. Den schalten wir anscheinend über die Story frei. So, der ist das finale Ziel. Der wäre natürlich auch brutal. Aber... 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 Wie gesagt, austauschen. Es gibt nur ein Bodykit dafür, das ist ein bisschen schwach. Aber... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. So. 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 Nein, bleibt so wie es ist. Der für den Dealer angepasst ist wohl. 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 Der sieht wirklich ganz gut aus. Der für den Dealer angepasst ist wohl. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ne, hier hat es gemustert, dicke Baum. Ja. Das bedeutet aber auch noch mal, dass wir kurz... Oh, schon brutal aus. Schaut richtig böse aus. Sieht schon richtig böse aus. Bedeutet aber auch, dass wir noch mal kurz an die Karosserie ran müssen. Okay. Okay. Ja. Okay. 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 Oh, das Ding ist heiß. Uff. 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 Der wird heiß. Ich hätte gerne irgendwas mit blau-rot, dass wir beide Farben drin haben. Uff. 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 Uff.